Willkommen zu meiner Show von Queenscape Spiral Chaos. Ich hatte es vor ein paar Tagen angekündigt, ich musste es sogar ein bisschen verschieben, weil ich spontan etwas unternommen habe. Das ist natürlich privat. Und dann machen wir mal weiter. Ich habe jetzt mehrere Spielstände, es sind jetzt etwas viele. Alter, aber da braucht ihr euch nicht wundern. Ich habe schon gemacht, da mache ich mal, tunne ich mal ein bisschen. Aber meine, welche ist die eine der Durchschnitt? 20. Gucken wir mal, ob es richtig ist. Da wollte ich jetzt nämlich eine turnieren. So, gucken wir uns den Level-Durchschnitt an. Ja, der dürfte hören. Also, ihr, falls ihr das System nicht versteht, das ist so ein bisschen ähnlich, wie falls ihr das System nicht versteht. Da habt ihr eben überall diese viereckigen Kästchen, das sind die Felder. Und das erste, was hier oben steht, ist sozusagen das Bewegen. Die blauen Felder stehen dafür, wo ihr euch hinbewegen könnt. So, zum Beispiel, ich bewege sie jetzt hier hin. Und in Fire Emblem gab es das System, da greift jemanden an. Das heißt, alle Einheiten, also alle gegnerischen, die in diesen roten Kästchen stehen, kann ich angreifen. Die anderen werden alle grau angezeigt. Sind alle außerhalb meiner Reichweite erst, zum Beispiel meine Reichweite oder diese Schleimdingens. So, Schleimdingens. Und das, so. Dann seht ihr hier jetzt, das Kampfmenü. Da seht ihr, diese drei Skills hat mein Charakter zurzeit. Und da seht ihr zum Beispiel die Werte, wie viel AP sie kosten. Wie viel Schaden die Zocker anrichten. Ich mach's immer so. Unten ist meist immer der stärkste Schadenskill. Den benutze ich auch andauernd. Ich nehm ihn sogar ab und zu doppelt. Und dann seht ihr da rechts, ähm, neben den AP-Kosten, oben rechts, da neben den AP-Kosten, seht ihr, ähm, Prozentzahlen stehen. Das steht für die Trefferchance, wie gut die Einheiten treffen können. Und da die nicht gut treffen kann, lasse ich jemanden mal ran ansprechen, wie gut ist. Oh, Mann. Kann ein bisschen leben, ne? Geht wohl nur so. Egal. Ihr seht eben, das Spiel ist mehr anime-mäßig. Das hat natürlich auch den Humor von den Videos her. Aber man muss wirklich japanisch können, um da die Dialoge zu verstehen. Ich, also mein japanisch ist mir wirklich noch nicht so gut, dass ich die ganzen Dialoge verstehe. Bei mir ist es, äh, das, das, ja, das Angriffsbefehlmuster und die Basis, äh, die Grundlagen des, äh, der, äh, Auswahl in diesem Spiel jedenfalls. Tja. Einzig, was so ziemlich englisch ist, ist das Hauptmenü, was ihr ja vorhin gesehen habt. Oder eben, wenn ein, ähm, Volltreffer ist. Ja, wie soll man es fragen? Da, auch die Treffer sind, ähm, ja, auf Englisch. Und da steht zum Beispiel unten links Critical. Und da eben wieder. Das ist natürlich, wenn man, wie soll ich sagen, gegen weibliche Einheiten kämpft. Das ist wirklich... Also Monsterkämpfe überspringe ich eben meistens immer. Den überspringe ich jetzt auch mal. So, jetzt muss ich erst mal hoffen, dass die Nier trifft. Aktivieren wir auch mal gleich mal ein paar Skills. Ah, hat... Bring mir... So, dann versuchen wir es mal. Jetzt muss ich hoffen, dass sie trifft. Wer ist ausgewickelt? Und wieder ausgewickelt. Los, komm, schütt. Nein! Trotzdem Level ab. Das ist gut. Das ist gut. Dann lasse ich sie mal noch angreifen. Wieso kann ich sie eigentlich nicht mehr an? Die braucht das Tränen. Und die Blonde. Ja, was macht ich nur? Was macht ich nur? So, weiter schwächen. Und wenn eben all eure Einheiten dann am... ...sagen... ...sagen... ...am Zug waren. Wie bei mir jetzt. Da müsst ihr wohl über... ...den Spielzug beenden. Und dann greift euch die Gegner an. Wie gesagt, es ist rundenbasierend wie Fire Emblem. Jetzt hat sie höre Chancen. Jetzt, obwohl sie 19 ist. Das wird sie nicht umhauen. Aber ja, sie haut ihn um. 40 LP, das ist schon mal gut. Dann machen wir mal Verteidigung. So, nochmal Verteidigung. Da muss ich jetzt die Skills so umstellen, dass sie ums Zog gehen. Okay, ich kann alle so benutzen. Mit ihr kann ich jetzt vorschmecken. Die Kämpfe werde ich bei diesen Monstern jetzt alle meist überspringen. Weil ich euch lieber Kämpfe gegen weibliche Einheiten zeigen werde. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Na, wen krass ich an. Und der wird dran glauben. Böse Shunji. Und der müsste auch dran glauben. Ja. Und schon wieder ein Level ab. Mal sehen, hat sie neuen Skill. Ja, hat sie. Cool. So, dann kann ich mit dem restlichen 3 jetzt erstmal vorschmecken. Sind ja schon ein bisschen vorgeschliffst. So, und ich kann meinen Zug auch früher beenden, wenn ich will. Mach ich jetzt auch. Damit die restlichen IP schlägen. Das könnte knapp werden. Mach ich mal lieber auf Verteidigung. Oh, ich glaub, sie wird... Ja. Wie wird das wohl nicht wirklich überstehen? Vielleicht doch. Nein, doch nicht. Fuck. Und tot. Aber wenn die Einheiten hier sterben, da... Also, die sterben nicht wirklich. Sie werden eher besiegt und ziehen sich zurück. Das heißt, ihr könnt sie für den nächsten Kampf wiederverwenden. Das ist das bessere Widerung in diesem Spiel. Da sind sie nicht gleich sofort. Für den Rest des Spiels scheiden sie aus wie ein Pyro Emblem. Das ist dann eben so eine Art kleiner Vorteil. Ich weiß nicht, wieviel braucht sie noch? Zwölf. Wieder zu benden. Sie greift wieder rum richtig an. Das finde ich gut. Also, wenn man es da... ...Level 22... ...So. Jetzt verteile ich erst mal hier noch die Werte. Und dann muss ich noch umrüsten. Das war auch falsch. Ah ja, aber ich habe vergessen zu erwähnen. Das Spiel Queensgate. Das ist ein Spiel, das... Was soll ich dazu sagen? Es ist... Also, die Charaktere da drin. Genau, die Charaktere. Die kommen alle aus verschiedenen... Aus verschiedenen... Aus verschiedenen hier... Aus verschiedenen Spielen, genau. Oder verschiedenen Animes. Beweisen kann ich zum Beispiel... Nein, das stimmt ja, ich war bei den Einen. Achso, ähm... Ich muss euch doch wohl noch geduldigen, da es momentan nicht wirklich geht. Weil ich hatte gerade ein Kapitel, da sind die Charaktere alle weg. Ich speichere jetzt erst mal noch zur Sicherheit. Es könnte nämlich sein, dass ich wohl oder übel das Kapitel verscheiße. Da seht ihr die Dialoge, da alles eben japanisch, außer eben die Zahlen und die Satzzeichen. Deswegen überspringen... Also mache ich die Dialoge eher schnell weg. Ab und zu gibt es auch eben so eine Bilder. Ich überspringe mal jetzt mal das Gelaber besser. Weiter, schneller, überspringen. Da zum Beispiel... Die Gegnerin dort ist, ähm... Aus Queen Blade, den Anime. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist eben eines der beschützenden Kapitel. Da ist... Mein Hauptcharakter... Also der Typ dort ist eigentlich bei mir die stärkste Einheit, die ich habe. Nur nach dem Kapitel eben... Hat er seine Kampflust verloren. Deswegen ich nur diese drei Einheiten hier... Ausnutzen kann. Und das hier ist eher scheiße für mich. Ich werde sie erstmal hochpowern und angreifen. Z-Element-Vorteil, das ist nicht gut. Ich zeige euch, wann der Teil kommt, wo ich das gut finde mit dem Kampf gegen weibliche Einheiten. Sie muss ich leider Death machen. Aber ihr könnt jetzt vielleicht in den Kragen gehen. Ja, das sind wieder ein paar... So kann ich nur hoffen, dass sie sich erst mal mit ihren Fähigkeiten wieder heilt. Okay. Ah, nein. So. Deshalb sind sonst die Einheiten nicht mehr. Ah, nein. Gucken wir jetzt erstmal... Ha. Machen wir jetzt etwas Trefferchance. Kein bisschen. Toll. Oho, ich habe ihre... Ändste... Am besten mal... Nein, das ist Zwischenspeichern. So, Runde beenden. So, jetzt greift sie mich an. Den Kampf akzeptiere ich wiederum. Okay, eine Sache ging mir jetzt gut. Ah, gut, Level ab. Jetzt machen wir auch wiederum wieder mehr Schaden. Gut, die Trefferchancen sind wir noch mal. Dann war wohl... So, ihr werdet schon sehen, was passiert. Und falls alles hier in diesem Kampf gut geht, werdet ihr schon verstehen, warum ich das Spiel toll finde. Und wenn ihr euch fragt, aus welchem Spiel oder Anime dieser kann... Also, da ist Macaron Alba, die also jetzt die Rechte, also meine. Und die ist aus diesem Spiel, also stammt hier aus diesem. Und da ist immer noch nicht der Rechte, also die Rechte, also die Rechte, die sind nicht richtig für den Gepl kat. Und da ist er dann! Und da ist der Rechte, also die Rechte und der Rechte anwalt. Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Und? Ja! Du schaffst es! Du schaffst es! Das schaffst du auch! Okay leider doch nicht! Aber jetzt wisst ihr warum ich das Spiel mag! Du schaffst es! 72 HP! Jetzt muss ich sie noch besiegen! Mal sehen, haben die... Wir haben absolut gar keine Treffer für uns! Das ist nicht gut! Oh, jetzt hat sie mich noch geschwächt! Ich kann mich da nur noch verträglichen! Schlecht! Das war mehr benötigt, um sich selbst zu halten! Das ist nicht gut! Ich bin schon wieder auf sie! So! Das hat mich überstanden! Das ist nicht gut! Pfff, die trifft dafür aber scheiße. Treff nicht meine? So mies. 24. Ah, ja, stimmt, sie hat noch eine Erfähigkeit. Total vergessen. Hat sich dreifst mal ganz dreifst geheilt. Ähm, ja. Na, für die Kette kann ich es benutzen. Könnte mal... So. 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 Dann kann ich auch wiederum so. Ja. Wenn das hinhaut, dann könnte ich sie wirklich besiegen. Dann geht's jetzt echt darum, ob ich es schaffe oder nicht. Dann meine Frage... Es gibt eben solche Kapitel, wenn... Eine bestimmte Einheit... Ähm, besiegt wird. Dann hast du das Kapitel verloren. Und da läuft's dann echt scheiße. Und ich muss dann echt hoffen, dass sie es jetzt schafft. Und ich muss dann echt hoffen, dass sie es jetzt schafft. So. 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 Ich magazine ist jedenfalls. So. Oder eben Kleidungsstück, das sie jetzt zerbrecht, kann man eine Bonusattacke machen. Die geht mehr auf die... ja... Auch die Kleidung, zurück zur Rüstung, also macht mir Schaden an Rüstung, dafür zieht es aber kein Leben ab. Nein! Komm jetzt bitte! Oh! Wie jetzt? Achso, das ist so ein automatischer Kampf. Da gibt es eben solche automatischen Kämpfe. Ach, ich hab's noch geschafft. Ach... Dialoge wieder überspringen... Ach... Das hab ich jetzt weiß knapp geschafft. Und das war's von dem Lab Show zu Queensgate. Bis dann, Leute! das hat mal wieder. ... die